Wenn wir den Bösen nicht bald Einhalt gebieten, ist alles verloren. Auch die geliebte Hafenstadt deines Herrn. Also, bring mir endlich diese verdammten Scheiben und lass es uns beenden. Hier sind sie, alle fünf Scheiben. Ah, darauf habe ich nur gewartet. Jetzt werden wir das Böse aus seinem Schatten vertreiben. Sobald du bereit bist, legen wir los. Ne, ich bin bereit. Wir sparen schon mal richtig ab. Hast du mal ein Stängelkraut? Kauf dir selber was. Dann gewöhnst du dich schon mal an die Preise. Du musst weiter. Alles klar? Mach's besser. Wir folgen dem Inquisitor. Der Moment ist gekommen. Das war 50 Millionen Echsen-Menschen. Das wusste ich jetzt auch nicht. Eine Maßen schnaft. Ja, Massenschlag! Weil er vernischte den letzten Echsenidioten hier. Ich würde jetzt hoffen, dass ich nicht nur meinen eigenen treffe. Mensch, das ist zäh. Der Sportlinger muss der andere den umbringen. Upsala! Oh, 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 oh. Ja. Ja, ja. 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 Mensch, jetzt vernichtet den endlich. Ja. 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 Wir können jetzt jede Menge Scheiße mitnehmen. Jetzt ist keiner von uns gestorben. Doch einer hier hinten. Tja. So enden wir alle mal. Oder wie heißt das? Fleisch. So, damit hätten wir jetzt schon die erste Welle besiegt. Ich bin auch schon fast tot, ja. Er ist ja gestorben, ein unbedeutender. Alle anderen sind noch, naja, Güte wurden zu kriegen. Der ist noch am Leben. Die Wichtigen sind noch alle am Leben, ja. Der ist fast tot. Was war das? Der Feind. Endlich kennen wir sein Gesicht. Nun kann er sich nicht mehr vor uns verstecken. Was hast du vor? Wir werden in den Berg hinabsteigen und unsere heilige Mission erfüllen. Hier und jetzt wird sich das Schicksal dieser Insel entscheiden. Ich bin bereit. Gut, wir nach. Das ist schon das letzte Kapitel. Wir werden auch sehen. Und ein. Was geht das weiter? Oh, schade, das ist Mistgeräusche. Bäre wächst. Das ist schlimm. Und die Weile sind gerade. Die Kälte haben also schon wieder. Ich bin von da. 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 Das geht nicht um ein starkes Vorraum zu gehen ja das viel nervt Man kann sie nicht hören, aber ich kann sie faulich riechen. Wen kannst du riechen? Die Echsen. Sie sind hier, hinter der Mauer. Und jetzt solltest du lieber deine Befehle verfolgen. Was ist das? Woa, woa. Hier ist jemand. Was machst du? Warte, ich mach mit! Das Team macht uns keine Probleme mehr. Ach ja, wo müssen wir jetzt hin? Ah, jetzt halt uns ab, ja. Der ist ein Mann von uns gestorben. Bis er den Indien schniedergeknüppelt hat. Du, siehst du das Tor? Was ist damit? Wir müssen es öffnen. Schnell! Was ist das hier? Eine uralte Festung, würde ich sagen. Vermutlich von den Echsen, die uns schon am Portal begegnet sind. Aber sie wird uns nicht aufrechnen. Hast du einen Plan? Wenn man ein Tor schließen kann, kann man es auch öffnen. Ich werde die Kundschaft da aussenden. Sie müssen den Mechanismus finden. Ich vermute, es gibt mehr als einen. Also, halte die Augen auf. Du wirst gehen. Sieh du dich im Norden um. Wenn du siehst, dann ist's. Aber ich möchte ja auch ein Anfaat. Wenn du das will, ist es nicht. Du hast es nicht. Drehst du dich im Norden. Ach, scheiße. Du bist das. Böde! es ist eine andere Schöpfung Ah, ja. Oh, ja, Mann. Wie haben wir jetzt? Joho.